Todesschrei der Olinien. Vier stahlharte Fäuste im Kampf gegen erbarmungslose Karate-Killer. Ich soll dich umbringen. Versuch's doch. Ratte. Der Todesschrei der Shaolin. Hinterhältige Verbrecher versetzen mit mörderischen Waffen eine Stadt in Angst und Schrecken. Zwei Männer stellen sich dem ungleichen Kampf. Sie haben nur ein Ziel. Die Freihung ihrer Stadt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zwei Männer in einem Inferno teuflischer Hinterlist und gnadenloser Gewalt. Aber wenn diese Kampfmaschinen antreten, dann ist für ihre Gegner die Hölle los. Sie kennen keine Gnade. Ihre Fäuste sind wie Schmiedehämmer, die Finger wie stählerne Krallen und ihre Schläge sind vernichtend. Der Todesschrei der Shaolin.